Mit dem rechten Fuß nach rechts anticken, den rechten Fuß im Kniegelenk angewinkelt, vor den Oberschenkel des linken Fußes ziehen, wieder zurück nach rechts mit Zähnen anticken und wieder vor den linken Fuß des Oberschenkels hochziehen, wieder angewinkelt, absetzen, nach rechts den rechten Fuß, der linke Fuß tippt neben rechten Fuß an, linke Fußschritt nach links und der rechte Fuß tippt neben linken Fuß an. Dann mit dem rechten Fuß einen kleinen Schritt zurück, der linke Fuß beschreibt einen Halbkreis, setzt hinter dem rechten Fuß ab, der rechte Fuß beschreibt einen Halbkreis, dann nach hinten absetzen, rechten Fuß belasten, linke Fuß belasten, dann in zwei Schritten und einem schnellen Schritt nach vorne, mit rechts beginnen. Rechts, links, rechts. Dann mit dem linken Fuß, mit den Zähnen neben dem rechten Fuß anticken und das Knie dabei nach innen drehen. Dann mit der Ferse anticken und das Knie nach außen drehen. Dasselbe noch einmal. Mit den Zähnen neben dem rechten Fuß anticken und das Knie nach innen drehen. Dann den linken Fuß neben dem rechten Fuß absetzen. Dasselbe wiederholt sich jetzt mit rechts. Mit den Zähnen neben dem linken Fuß anticken, Knie nach innen. Mit der Ferse neben dem linken Fuß anticken, Knie nach außen. Dann wieder neben dem linken Fuß anticken, mit den Zähnen, Knie nach innen drehen. Dann den rechten Fuß neben dem linken Fuß absetzen. Es kommt eine Chasebox, zwei Chasebox mit jeweils Vierteldrehung links. Linke Fuß kreuzt vorne den rechten Fuß, rechte Fuß Schritt zurück. Linke Fuß macht eine Vierteldrehung nach links und der rechte Fuß neben den linken Fuß. Dasselbe wiederholt sich. Linke Fuß kreuzt vorne den rechten Fuß, rechte Fuß einen Schritt zurück. Linke Fuß eine Vierteldrehung nach links und der rechte Fuß neben den linken Fuß. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. An der neunten Wand kommt dann ein Tag mit acht Counts, also eine Brücke in diesem Falle. Die geht folgendermaßen. Der rechte Fuß überkreuzt vorne den linken Fuß. Linke Fuß einen Schritt zurück. Rechte Fuß Schritt zurück. Linker Fuß überkreuzt vorne den rechten Fuß. Der rechte Fuß überkreuzt vorne den linken Fuß. Der linke Fuß einen Schritt zurück. Der rechte Fuß einen Schritt zurück. Und der linke Fuß überkreuzt vorne den rechten Fuß. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und der linke Fuß überkreuzt vorne den rechten Fuß.